so hallo willkommen zu der neuen Folge Master Builders ok was nehmen wir Auszeichnungen? Licht, äh was nehmen wir Baby? Oh es ist Baby. Wir nehmen Baby. Ich mach Julian. Nein, nein nicht dich. Wir machen so einen Kinderwagen oder? Wir machen so einen Kinderwagen. Nein wir machen einen Kinderwagen Toast. Okay ich mach den Kinderwagen okay. Ich mach ein richtig cute Baby. Ich brauch Block of Dings. Oder mach du es so ein Kinderzimmer oder? Machen wir ein Kinderzimmer. Dann mach du ein Kinderzimmer. Ich mach das Baby. Es wird richtig cute vertrauen. Ach ein Kinderzimmer jetzt okay. Wir haben sechs Minuten. Das sollte sich ausgehen hier irgendwie. Oder warte ich glaube ich mach einfach so einen Boden der irgendwie abwechselnd ist. Das wird schon irgendwie passen. Mach du schon als Baby. Dann machen wir so Kinderspielzeug oder sowas. Das ist irgendwie ja gut. das seht. So. Es sieht ein bisschen komisch aus Tops. Ich weiß wie es ist auch komisch aus. Ich meine du sagst das Baby bestimmt auch richtig komisch aus. Wir haben Babys gegessen in seiner Freizeit früher. Okay. Dann kommt das hier. Ich bin richtig motiviert dazu weil ich extrem viel geschlafen habe. Das Baby wird vielleicht einen etwas größeren Kopf haben aber. Ich glaube ich sollte mich nicht am Boden zu wirklich konzentrieren. Ich glaube ich mach einfach. Ja mach einfach. Mach einfach. Wenn es ist so unnötig was du grad machst das so. Egal. Das passt schon. Ich muss einfach nur das mindeste machen. Details kannst du im Nachhinein kannst du. Okay. Ähm. Aber was soll ich machen. Mach so das Baby. Ich mach. Was soll ich machen. Was ist ein Kinderspielzeug. Es gibt so für Kinderspielzeug. Irgendwie so. Äh. eine Rassel oder so. Irgendwie mit Fensters. Irgendwie keine Ahnung. Aber ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich baue so ein. Äh. Kennst du so ein. Ähm. Wenn die Mexikaner immer solche Rasseln oder wie heißt das. Ein Baby. Baby Rassel. Aber das ist eine Baby Rassel. Ja ich baue mal sowas. Ja komm mal her. Ich baue so eine Baby Rassel in der Hand. Weißt du. Okay. Okay. Aber. Am besten irgendwie gerade in der Hand. Oh nein. Tops. Sieht komisch aus. Nein. Ist das ja auch komisch aussehen. Tops. Nein. Wir müssen gewinnen. Ja. Vertrauen mir. Das sieht nachhinein richtig lustig aus. Sieht richtig cute. Vertrauen mir. Das war. Gut Bonn. Was ich finde das so richtig dick Bonn. Äh. Wie kann man das noch machen. Nein. Das wird es sonst. Blöcken. Jetzt sieht es komisch aus. Ich wollte eigentlich so diesen. 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 Dieses Baby Haar. Wollte ich nachmachen. Weißt du. Dieses. Ja. Aber. Das ist dieses Typisch. Ja. Aber. Das ist dieses Typisch. Ganz fein. Ganz fein. Ganz fein. Ich mach dabei irgendwie mit Quarz. Mach ich irgendwie. LOL. Jetzt müssen wir jetzt so Milch. Genau. Tops. Wir müssen so ein Glas Milch dazu machen. Was man. Oder äh. Kannst. Kann man die. Kann man diese. Diese. Was 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 was. So ein Glas Milch. Doch. 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 Das passt uns aus. Das wird richtig cute. Wenn jetzt so ein Glas Milch in der Hand hat. Ja. Ich hätte es ja gesagt. So eine. So eine Rasse viel lustiger ist. Warte mal. Ich glaube ich kann das auch besser machen mit dem Banner. Ne. Ich glaube wenn es schiedt dann kommt es cuter oder. Weiß ich nicht. Wenn es schiedt. Ja. Ich weiß nicht. Für mich. Denn wenn Leute immer so ein bisschen so ein Schied haben. Schieden haben. Ich weiß nicht. Wenn es jünger ist dann sieht es manchmal cute aus. Das kommt drauf an glaube ich. Irgendwie sieht das Glas komisch aus. Warte. Oder. Ah. Jetzt habe ich schon. So. Äh. Doch. Das Gas passt irgendwie. Es sieht unheimlich aus wie. Sieht unheimlich aus. Aber man versteht das. Man versteht es. Ich war hier jetzt noch eine Rasse. So. Es passt schon irgendwie. So. Irgendwie so passt das schon. Das. So. 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 Bam. Ich habe eine Rasse noch aus. Hatte nicht irgendwie so. Ähm. Und. Äh. Hatte Rasse nicht irgendwie. Genau. Alles so. Okay. Das ist doch. Mann. Ich muss jetzt mal kurz mich mit diesem machen. Ist doch irgendwie genau. Ist das Baby doch irgendwie. Ja. Computer machen. Es gibt es auch Baby. Ich probiere es gerade mit dem Mund. Weil der Mund ist. Äh. Jetzt können wir noch machen. Irgendwie. Ich mache jetzt irgendwie die Windel. Bisschen besser. Ähm. Äh. Was gibt es noch für Baby. Ich habe noch nie ein Baby Minecraft gemacht. Einfach. Es gibt jetzt ein Partikel. Äh. Bei dem Wasser oder sowas. Warte. Äh. Partikel. Snowball. Snowball. Irgendwie so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie macht man das denn? So ein Saber Dings muss man machen. So ein Saber Dings muss man machen. Genau. Doch das sieht gut aus eigentlich. Nachher können wir noch irgendwie so machen. Warte. Ich habe noch eine Idee. Warte mal. Du wirst es so safe verlieren. Aber egal. Einfach such was wert. X. Ja wie macht man denn? Kannst du den Mund machen? Den Flohmer macht. Was meinst du? Was meinst du? Äh. Den den so ein. Ich weiß nicht wie man den macht. Ich weiß nicht genau wie man den ausfüllt. In der Mitte. Ich möchte das. Dass man. Dass der. Dass er die Zähne hat. Äh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Äh. Ich mache irgendwie eine kleine Babywange. Äh. Wolle. So irgendwie. Äh. Endesai. Ich mache noch so eine kleine Kinderwange schnell. Ja mach das was du. Ich mache ganz schnell. Aber es wird wahrscheinlich nicht fertig. Ja das ist richtig kacke mit diesen Bannern. Also das ist ill. Warte mal. Oh schnell legen. Oh das ist einfach so. Ja ich mache so. Rosa so. Und dann rosa. Ich mache ganz schnell noch. Ein Babywagen. So ein 30 Sekunden Babywagen. Oh oh. Es sieht komisch aus. Wenn man irgendwie nicht fertig ist. Äh. Oh oh. Äh. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt eigentlich so einen Mund machen. Aber keine Ahnung. Ist das der Mund bleibt jetzt erstmal so. Ach Jörn. Ich hoffe. Weil da hat einer geschrien. Nein. Tust. Äh. Ja Jörn. Ja. Das sieht urkomisch aus. Genau so eine Babyflasche. Genau so eine Babyflasche. Ah. Oh ja. Ja. Das. Ja. Das. Das ist ein super kacke. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Okay. Das ist. Das bekommt ein Legendary von mir. Äh. Äh. Was ist das? Was ist das? Das kriegt. Das kriegt Kacke. Was ist das? Aus der Kacke. Weil das auch irgendwie Dings ist. Äh. Pixelart. Pixelart. Ups. Pixelart. Nicht mal angezogen. Der ist nack. Keine Hose. Ja. Einfach so. Ähm. Äh. Äh. Ist das ein Kangaroo? Ich glaub schon. What the heck? Äh. Was ist das? Bist das du Tutz? Das ist. Nee. Das ist. Hä? Wo ist das ein Baby? Ich hab keine Ahnung. Ist unseres. Was ist das? Legendary. Ja. Ja. Legend. Legend. Bitte. Bitte. Ah. Äh. Was ist das? Äh. Das ist irgendwie äh. 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 Also. Der hat einfach so gemacht. Wie ganz ein Baby. Soflex. 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 Ist das? Der Mund. Ich verstehe nicht. Das andere Baby. Nee. Andere Baby. Ein Baby geköpft. Und schreit es an. Das ist okay. Das ist ganz cute. Das kriegt ein gut von mir. Äh. Was ist das? Äh. Baby. Okay. Wow. Der hat. Legendary. Ja. Das ist einfach so. Der hat. Der hat. Der hat das Thema verinnerlicht. Was? Was? Hä? Ja. Ich kann mir vorstellen. Wahrscheinlich. Weil es kamen alte Leute. Die Toxic waren. Und die haben einfach gesagt. Ja. Gehen wir einfach. So. Neue Runde. Neues Glück hier. Äh. Haus. Okay. Haus. Bitte nicht. Ratte. Spiel. Drink. Feuer. Mach Feuer. Mach Feuer. Was machen wir? Ratte. Spiel. Drink. Mach Ratte. Ich hab auch Ratte. Ich mach Spiel. Es ist alles gleich. Es ist alles gleich. Es ist alles gleich. Surrenderwitz. Oder? Einer macht Super World. Ne. Doch nicht. Äh. Spiel wär cool. Dann kann man Minecraft in Minecraft machen. Das wär cool. Ne. Na. Oder irgendein. Oder Super Mario. Oder sowas. Nein. Warum. Ihr habt nicht gewartet. Es wird wirklich nicht gewartet. Drink. Was machen wir? Machen wir irgendwie Alkohol? Ne. Machen wir keine Alkohol. Machen wir Cola. Machen wir Cola. Genau. Machen wir so ne Theke. Und sowas. Ne. Ne. Wir machen. Wir machen eine Cola Dose. Das ist eine Urgroße. Ungefallene Cola Dose. Genau. Ja. Ich was. Es geht so. Was? Warte. 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 Ein. 2. 3. 3. 5. 6. Dann so. Dann so. Dann so. Nein. Nein. Es wird kein Pixel. Vertrauen. Ich mach nur den Umriss. ich mache ganz schnell bräuchte weil eine eine kohle flasche nämlich neben bei so wo du weil ein anfangen das war das so so ich bin weil irgendwie die ihre kohle dose flasche mal ich flasche mal ich mache die flasche ja das ding ist das wird ein bisschen größer was ich hier vor hab so irgendwie so ich war 6 ich hatte da so zack aber mach irgendwie besser als voriges spiel weil folge ist also mail oder wie soll ich sagen voriges masterpieces runter war irgendwie komisch ja das war johans schuld da muss man zugeben 1 2 3 4 5 doch 6 so das habe ich auch hier gemacht ja da ok gut johann ich glaube ich glaube du musst mir helfen warte kurz wie groß ich das gemacht habe tubs was willst du machen nein nicht so groß doch ich will eine große kohle dose machen aber ich habe es irgendwie verkackt glaube ich tubs warum machen wir nicht einfach mal tubs das schaffen wir nie im leben tubs ich weiß tubs das schaffen wir nie im leben aber lass nicht so groß als so eine kleine kohle dose machen war einfach alles schnell hier bis so bis hier ok bitte durch sein wenn wir das schaffen haben wir gewonnen automatisch ok tubs doch mal mit das schaffen dass ich mich so groß dicker bauen ok mach mal so bei mir bist du unsichtbar lol äh bin ich unsichtbar bei mir bist du unsichtbar ja okay du nicht komisch das ist nicht zu groß bauen das ist nicht zu groß bauen ja aber ich weiß jetzt nicht genau was das ist oh der umriss war jetzt nicht so toll ja aber es war besser als gar nichts also ja ja besser als was du bis jetzt gemacht hast also ich habe eine halbe kohleflasche das war richtig so ich wollte es nur als stütze nehmen meister ja 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 ich nicht mehr ich kenne ich weiß nicht mehr wo du bist die nur blöcke auftauchen doch das passt das passt schon ich kenne iron das ende sei das ende sei den boden so iron als boden ja ja das macht du aus boden dabei na oder ja ich mach das innere vertrauen mir jörn ich habe in einem getränke gemacht ich mach das ich mach das wirklich ok ja ich habe in einem getränke gemacht ich weiß wie die cola gestohlen genau gestohlen alter ja du musst aber so so das geht es so nach innen was wir ja 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 ich hab die dinge eingeräumt ja ich dachte du wärst vegetarier ja 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 ein bisschen bist ein bisschen dumm oder aber vegetarier sein essen ja auch essen trinken ja auch kohle oder ich hab das schon zu ich möchte hier dass man mit dingern sind also irgendwie komisch aus dem riss ist es ganz simpel halten ja 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 das ist gut und dann im kappel zu einem kappel zu hören den kappels macht macht das ist so dingern sind ob sie weiß ich meine das mit kappels die braun kappels das sind sozusagen die pütze machen ja ja immer noch genug zeit also gg 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 irgendwie waren iron ich mache mit allen bars und mit so einer traptor bei euch dabei weil hier die dinge war einmal mit allen doors bei euch das glaube ich das sieht besser aus glaube ich oder ja ich kann keine allen doors drauf waren und sieht das gut aus hat ja ich bin gerade weil das ding zu retten weil ich brauche erst das war da wer ist nicht alle noch mal als trinke ich habe ich habe ja ich habe nicht eine idee tubs bühne hat ne idee oje nein warum kann ich das nicht drauf bauen ich habe weiß was das packt du musst strings und dann musst du karpets oder was willst du überhaupt machen ich kann ja kein dings drauf dran bauen hier wobei ich irgendwie stairs einfach und mache hier so das passt schon irgendwie ich mache noch schnell die coca cola schrift irgendwie das sieht irgendwie komisch aus tubs tubs ich glaube du musst mir helfen tubs ich glaube du musst mir helfen dann komm mal her mach einfach so oder 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 kacke tsch 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 ich habe schon ich habe es von der seite ich habe es anders von der seite gemacht oder das machen wir es so machen oder i don't know johan guckt mal vor allem in meiner seite ja ich habe schon ich habe es schon gesehen das machen wir es anders machen oder lass hier einfach so ein weißt die mit bandern zu staben machen ne wo ja alles drauf steht hier ähm wir können das machen wo was die ganze sachen hier drauf stehen quatsch oder so äh ja i don't know ja ne lass lass oder ich würde sagen lass einfach sieht nicht gut aus äh bau noch schnell die kohle ich bau noch schnell die kohleflasche fertig ich habe jetzt nur die fritze gemacht die sieht mega nice aus partikel was kann man machen was 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 gut aussieht was könnte man jetzt witz äh actually das sieht auch cool aus meine kohleflasche mehr oder weniger ne ich habe keine zeit mehr jetzt jetzt ist egal das kann ich auch irgendwie so machen ja das sieht eigentlich wirklich gar nicht so schlecht aus tubs ja weil oh my god alles alles meines ja es es sieht richtig hart kaka aus er sieht es ist ne potion halt ok er ist kein drink äh das ist ein pool ok ich krieg super kaka äh bote balloon hat er nachher vorhin geschrieben äh ich bin mir leid ich krieg super kaka was ist das äh das soll in flaschen sein aber äh also einer schickt bruder es ist äh poop mit eiswürfel und so es ist mountain tuda ich habe eben geschrieben es ist mountain tuda ja keine ahnung könnte sein das ist mountain tuda es kriegt okay von mir auch äh also unseres ok legendary es ist safe es ist so gut wahrscheinlich oder ja wir werden mit gut es geht es geht es geht es geht es geht es gab auch welche die haben super kaka gewählt wahrscheinlich einfach nur weil die es gibt einfach leute die wollen die wollen die wollen einfach ärgern ist das nicht fertig was zur hölle ich hab keine ahnung was das ja äh wie heißt das so ein äh äh es kriegt ruck hä ja aber tut mir leid es ist einfach alles total mega kaka ja ich kann halt wirklich gewinnen unsere die war halt wirklich gut ja was soll das sein ich hab keine ahnung äh es kriegt okay es kriegt ein okay äh es steht hier es äh rt e d ok i ist äh rt e d ok rt ok wir sind dritter warum haben wir was warum haben wir was ok wir haben wahrscheinlich zu wir haben wahrscheinlich zu 10 spiel und haben gesagt ja das kriegt legendary ja lasst like und abo da für mehr minecraft master builders mit dem turps dass wir mehr kohle dosen her bauen mit turps hat hunger und daher lasst die skype spiel lasst like und abo da und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal